Tina, dein Typ ist da! Na, ist die Von- und Zustimmung wieder besser im Schloss? Im Schloss schon, aber bei mir nicht. Hallo Alex, alles wieder okay? Nichts ist okay. Ich bin auch gleich wieder weg. Wieso? Was hast du denn? Das hier. Aufweier. Da ist sie ja, die verlorene Schachtel. Mhm, hab ich im Wald gefunden. Ich bin ihr nämlich gleich nachgeritten, um mich zu entschuldigen. Das war eine gute Idee von dir. Aber dann hab ich den Brief hier gelesen. Nein, sowas. Fremde Briefe lesen. Meine Briefe kann Alex ruhig lesen. Aber was du hinter meinem Rücken tust, das geht mich nichts an, wie? Was hab ich denn hinter deinem Rücken getan? Ich höre immer noch, Joschi wird sich freuen, wenn ich ihn besuche. Joschi. Hat sie aber nicht gemacht. Ach nein? Ich kann dir alles erklären. Danke, mir reicht's. Was zu klären ist, kläre ich selber. Hör mal, Ratscher! Alex, warte! Ach, ist das ein Mist, Mist. Du wolltest ihn doch eifersüchtig machen. Das muss er verkraften können. Nach. Lass ihn schmoren. Bis heute Nachmittag. Du hast doch Klavierstunden in Falkenstein. Mhm, da werde ich mich ja wunderbar konzentrieren können. Ich hol dich ab und dann reiten wir zum Schloss. Ich sag dem Alex, wie es war und wer Joschi ist. Hoffentlich glaubt er dir. Wenn nicht, hexe ich ihm das in seinen Kopf ganz langsam, bis er es kapiert. Okay, guck mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.